Hey Mann, war noch was zwischen dir und der Alten aus dem Club letzte Nacht? Oh Mann, die Alte war ein Freak, Mann, ein Freak! Also, sie hat mich abgeschleppt, wegen der Nasex und den ganzen anderen Scheißen, lutscht dann meinen Schwanz von hinten, meine Arschloch fallen ihre Fresse, aber das interessiert sie nicht, und ich komme gleich so viermal und dann bin ich wieder heim. Mann, sag die Wahrheit! Ich hab gelöben. Hey, sorry, ich bin zu spät, Leute, der Stau aber nein nicht! Hahaha, ich liebe dieses Äffchen! Das hier wurde nicht gesendet wegen Mangel der Finanzen und es ist total bescheuert!